Ich kann dir nicht versprechen, dass immer die Sonne erschienen wird oder dass alles immer so losgeht und uns das vorstellen. Und ich kann dir nicht versprechen, dass das Leben immer einfach ist. Aber was ich versprechen kann, ist, dass ich immer da bin, dass ich Freude und Leid mit dir dein, deine Freundin, deine Partnerin, die es zu Hause und deine Familie bin und mich das Beste für unsere Ehe gibt. Und ich kann dir nicht versprechen, dass ich immer da bin, deine Freundin, deine Freundin, die Freundin,ómo, die Ehe gibt? So, wenn dir dich auf der Beste kommen, bist du eine Freundin, deine Freundin He Liebe Alissa, ich kann dir sprechen, dass ich mein Bestes tue, dass wir in einer schönen Zukunft miteinander kommen und ich bleibe dir ewig dran, denn du stehst bei mir immer an erster Stelle. In den vier Jahren haben wir schon einiges zusammen erlebt, viel Schönes, viel Lustiges, aber auch Trauriges und Herausforderndes. Immer, aber immer haben wir zusammen gehabt und das Gegenzeit gestärkt und gestützt. Und es sind wir in manchen Dingen genauso verschieden, umso besser gehen zu müssen. Ich habe mein Puzzleteil gefunden und ich möchte mit dir, dass wir uns da haben. Ja! Ja! Es ist schön, euch so zu lernen und zu wissen, dass ihr euch auf 100% aufeinander verlassen könnt. Wir wünschen euch, dass ihr euren Zusammenhalt heben, die Liebe wächst und ihr auch in 50 Jahren noch Händen heben könnt. Wir wünschen euch, dass ihr euren Zusammenhalt heben könnt.